Hallöchen und herzlichen Willkommen zum zweiten Tag vom Hashtag Vlogtober. Das ist schon die dritte Aufnahme, die ich jetzt mache, weil ich mich so dermaßen aufgeregt habe. Mann! So ein Scheiß! Worüber habe ich mich aufgeregt? Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin gerade etwas überbelichtet, aber passt schon irgendwie. Und zwar über die YouTube-Trends. So, um das mal runterzubrechen. Ich möchte niemanden haten. Ganz ehrlich nicht. Aber ich verstehe es nicht. Und ich bitte euch darum, mir das in den Kommentaren zu erklären. Warum man sich das krasseste Kaugummi der Welt anguckt. Oder die ekelhafteste und schärfste Zahnpasta. Ich meine, ich sehe das ja bei mir auch. So, wenn ich normale Let's Play Projekte habe. Ja, um die 20, 30 Views. Manchmal ein Vlog das Doppelte. Oder das Dreifache. Das... Ich weiß nicht. Warum? Erklärt es mir bitte. Ich verstehe es nicht. Also, ganz ehrlich. Nee. Nee. Ich meine... Ja, klar. Macht irgendwo auch Spaß, mit den Leuten mal so ein bisschen zu quatschen. Außerhalb von Streams oder sowas ähnlichem. Aber... Ich weiß nicht. Warum trendet sowas? Warum trendet nicht mal ein Finn Kliemann mit seiner coolen neuen Konstruktion? Oder warum trenden nicht mal die Space Rocks, die sich Mühe geben mit ihren Videos? Nee. Da wird irgendeine Scheiße hier so... Bestes, krassestes Wasser überhaupt. Krasseste Wasser Challenge. Passt auf. Wow. Ich kriege die Krise. Es ist doch nicht mehr feierlich. Mann. So einen Hals habe ich. Ja, es ist auch egal. Ich scroll da auch nicht weiter durch. Das nächste ist... Was ist denn da los? 500 Leute mit Minecraft Live. Ich bin jetzt gerade auf youtube.gaming.com Und... Wenn ich diese... Wenn ich diese Sachen lese... So, Road to 7000 Subs. Okay, gut. Kann man noch machen. Mach ich auch. Minecraft PvP. Eure Musikwünsche... Chilliger Stream. 100%ig hat der Typ keine Gamer Lizenz. Für das, was er da macht. Minecraft Minigames und Streamer überraschen. Warum? Was für eine Überraschung kriegt denn der Streamer? Und warum schreibt er das selber da rein? Dann ist es ja keine Überraschung mehr, wenn er schon weiß, was es ist. Dann müsste er ja Zuschauer überraschend reinschreiben. Oder sowas. Keine Ahnung. Mann. Hier. Hardcore Server. Sowas ist doch gut. Mensch. Ich pushe euch ab 5 Zuschauer. Was zur Hülle? Hier noch so einer. Ich pushe dich. Ich pushe dich auch. Dann Leute, die sich kein Thumbnail leisten können. Ich meine, um Gottes Willen, meine Thumbnails sind auch nicht Bombe. Aber... Ich gebe mir wenigstens ein bisschen Mühe. Ah. 24 Stunden Livestream. Auch nicht viele Leute dabei. Mann. Alles nur 4, 5 Zuschauer. Was ist dann los? Dann hast du den Typen mit seinen 7000 Subs. Der hat dann 80 Zuschauer. Sonst ist keiner da, oder was? Mann. So. Aufgabe für euch. Ihr schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Ohne Scheiß. Schreibt bitte alles, was euch in den Sinn kommt, was ihr sehen wollt. Schreibt es in die Kommentare. Und wenn etwas Vernünftiges dabei ist, dann mache ich das auch. Ganz ehrlich. Aber ich werde nicht die ekelhafteste Zahnpasta ever probieren. Weil das für mich kein Content ist. Das ist nicht kreativ. Das ist genauso unkreativ, wie ich sprühe mein Fahrrad schwarz an. Ich muss keine Namen nennen. Ihr könnt selber in die Trends gucken. Das ist... Das ist... Ich esse ein Stück Brot. Mann. Nee. Also, ganz ehrlich. Manchmal, ne? Da möchte ich einfach YouTube nehmen und aus dem Fenster schmeißen. Einfach nur, weil es so... Es klappt doch in den Staaten auch. Mann. So ein Mist. So. Genug aufgeregt. Morgen ist Tag der Deutschen Einheit. So. Was macht ihr da so? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Ich möchte mich nie aufregen, aber ich tue es trotzdem. So ein Scheiß. So. Und nicht vergessen, in dem Video ist wieder eine Zahl versteckt irgendwo. Aber nicht auf meinem T-Shirt. Das wäre zu fies, weil da ganz, ganz viele Zahlen sind. Deswegen braucht ihr da nicht gucken. Wie gesagt. Fünf Zahlen. Am, am, am. Wann ist denn das? Lass mich mal eben nachschauen. Gestern. Heute. Mittwoch. Wunderbar. Zum Fünf-Minuten-Mittwoch pünktlich. Gibt's ein Give-Away. Zwei Keys haue ich raus. Habe ich gehört. Dafür müsst ihr mir alle fünf Zahlen nennen, die in den fünf Videos versteckt sind. Bis dahin. Vom Vlogtober. So. Und wenn ihr, wenn ihr, äh, 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 noch mehr Bock auf Vlogtober habt, aber nicht euch mit mir aufregen wollt, dann guckt doch mal beim Deragorn. Oder, äh, äh, beim Thorsten. Oder vielleicht auch beim Andreas. Oder so. Kann man ja mal gucken. Ne? So, ich sag mal bis morgen. Und morgen bin ich dann auch mal in der Außenaufnahme. Wenn das Wetter mitspielt, im Moment regnet's noch. Also, ja. Doof gelaufen. Morgen aber, denke ich, krieg mal hin. Alles klar. Dann würde ich mal sagen, schreibt mir fleißig Kommentare. Und dann, äh, spotleite ich auch morgen mal ein paar Kommentare, wenn ein paar gute dabei sind. Ne? Und, äh, ja. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut. Bis dahin. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. 로스-Mitternimientos sind. Öber ist Delim. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Und ich habe das Mund.